Na ja, nicht mehr lange, liebe Zuschauer, guten Abend, denn der Schnee ist schon in den Startlöchern. Heute Nacht ziehen zeitweise dichte Wolkenfelder durch. Dabei kann es im Tiefland gelegentlich nieseln, wobei der Regen vor allem Richtung Burgenlandkreis in Schneeregen übergehen kann. Hier ist es mit 0 bis 2 Grad etwas kälter als Richtung Altmark. Dort sind so 4 oder auch 3 Grad möglich. Im Harz gibt es etwas Schnee und Glätte bei leichtem Frost. Morgen bleibt es meist stark bewölkt. Es kann im Tiefland weiterhin ein wenig Regen oder Schneeregen geben und im Harz leichten Schneefall. Obwohl die Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad liegen, fühlt sich die Luft deutlich kälter an. Das liegt am Wind. Zeitweise treten starke Böen auf. Im Oberharz kann es schwere Sturmböen geben. So ähnlich ist das Wetter am Dienstag. Am Mittwoch und am Donnerstag geht es wolkig bis aufgelockert und trocken weiter. Dabei fühlt sich die einströmende, feucht-kalte Polarluft auf jeden Fall winterlich und nicht mehr herbstlich an. Für Herbst und Winter ungewöhnlich, aber in unseren Breiten nicht unmöglich, ist so ein Regenbogen. Dafür brauchen wir Sonne, Plusgrade und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Das alles hat es vor kurzem bei Bülstringen im Landkreis Bürde gegeben. Enrico Mücke, vielen Dank für dieses Bild. Das war es von mir für heute. Kommen Sie gut in die neue Woche. Das war es von mir für heute. Das war es von mir.